Hallöchen YouTube, was geht? Herzlich Willkommen zu einer weiteren Twitch Clubs Germany Reaction von mir. Wir reactionen heute auf Folge 220. Ich bin gespannt, was Klappi wieder für uns rausgesucht hat. Dementsprechend huschen wir da direkt weiter rein. So, let's go! Hallo und herzlich Willkommen! Leute, ich habe vor kurzem... Wie heißt dieses Spiel, wo du so einen komischen Guru hast? Und den stellst du ganz viele... Also der stellt dir Fragen und du denkst an eine Person und irgendwann sagt dir, der dir, du hast an Elsa gedacht. Oder so. Akinator, ganz genau. Und ich habe versucht, an mich zu denken und zu gucken, ob ich bei Akinator bin, okay? Okay, ich habe es versucht. Aber ich habe einfach Mewen bekommen. Ich habe einfach zwischendurch Mewen als Ergebnis bekommen. Das fand ich tatsächlich sehr krass und das hat mich sehr verwirrt. Aber Mewen war mein Ergebnis. Ich habe keine Ahnung, ob ich bei Akinator bin. So, gar kein Plan. Ich dachte mir einfach nur so random, ich probiere es mal aus. Aber das fand ich richtig funny. Kata, du führst dein Doppelleben. Freddy, ich glaube nicht. Ich habe das in der Cammy gesehen. Ich habe das in der Cammy gesehen. Boah, unangenehm. Jetzt machen wir eine Powerbremsung. Illegal, als erwartet. Oh, wobei, dann kann ich nicht mehr durch die Tür, ne? Scheiße. Okay, ich muss die Teile abbauen. Oh, oh. 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 Oh. Oh, oh, oh. What the hell? Warum fliegt ihr U-Boot? Scheiße. Bisschen ungünstig, ey. Bisschen ungünstig. Little Nightmares ist ein sehr schönes Spiel. Haken, aber ich will ja, ich will ja an den Haken, aber ich komme nicht an den Haken. Du kommst an den Haken. Ja. Ja. Ich habe das vorhin die ganze Zeit versucht. Aber nicht richtig, nicht versucht. Ach du, echt? Oh, perfekt, Alter. Das ist glaube ich für uns so groß. Leute, guckt euch ihr Oberteil an. Das ist cool. Das ist cool. Was ist das? Du hast letztens mal auch grüßt. Aber das sieht voll cool aus. Das ist voll beschissen aus. Das sieht ja auch voll cool. Fili, moin, danke schön. Finde ich schon sinnvoll. Aber ich habe ein großes Problem mit meinem Gehirn. Wie hießen das? Und täglich, und täglich kocht das Murmeltier. Grüß das Murmeltier. Murmeltier. Nee. Und täglich singt das Murmeltier? Warum singt das? Und täglich ist das Murmeltier? Warum isst es? Ein täglich grüßt das Murmeltier. Oh mein Gott. Geht eine Ente in der Molkerei. Guten Tag, was möchten sie? Was? Die Ente will Quark. Oh. Die Ente will Quark in der Molkerei. Ja. Die Ente will Quark. Ja. Ich meine, es ist schon sehr cute. Es ist schon sehr cute, wie sie sich freut. Das auf jeden Fall. Verstehe ich nicht. Was? Was? Die Suki. Ich habe die Suki auf der Branchenparty kennengelernt. Und dann fragt sie so, ja, kannst du hier auf diesen Zettel hier ganz unterschreiben? Einfach Autogramm? Ja. Und ich dann so, naja gut, ja. Habe ich unterschrieben und dann klappt das Ding auf. Adoptionspapiere. Ja. Warum Chat, mein Scroll nicht weiter? Was? 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 Oh mein Gott. Und mit dem Mann spiele ich Pen and Paper? Ja. Ich werde niemals in Horde eine Katze reinpacken. Horde wird katzenfrei bleiben. Ja. Hoffe ich es doch. Was? Wann kann ich vorbeikommen? Hast du Termine? Das ist doch Quark. Ja. Ist für uns beide unangenehm. Was ist denn unangenehm daran, Quark zu treffen? Ach ja, er tötet kleine Katzen. So. Was bist du? Bist du nett? Nein, du machst komische Glipschgeräusche. Ich will das gar nicht wissen. Es wird dich auch fressen. Bist du nett, habe ich gefragt. Lauf, 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 lauf. Warum läufst du nicht? Lauf. Warum läufst du nicht? Hör du. Gemein vom Feuerschein träum ich die ganze Nacht. Nun sag mir schon das Geheimnis. Dann lass ich dich in Ruhe. Das ist cool. Gib mir die Macht, genau zu sein wie du. Nice. Wie muss ich mich jetzt drehen? Rückwärts, rückwärts. Da muss ich jetzt noch rückwärts gehen. Also so. Ich habe aber nach hinten. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. In diesem Sinne. Kraut. Denkt an euren Wertschätzungsstein. Wow, sagst du. Das war, das war anders. Anders, die hier. Die Verbindung ist da. Eu, eu, eu. Okay. Der ist da jetzt gefangen. Ich finde auch, ich finde auch surreal, dass fucking Flugzeuge starten können. Weil die sind wirklich schwer, glaube ich. Also die sind ja jetzt nicht drei Gramm leicht und fliegen wie so ein Papierflugzeug. Durch die Gegend. Ja. Ja. Auftrieb. Und so. Ja. Du warst noch in der Schule. Nicht so oft. Stimmt. Der Gegner. Ja, da du. Mach du mal. Sind die alle unten? Nee, oben, ne? Ich sehe nix. Alter Schwede, das war ein schöner. Wir können alles so schön durch Zehn und Malzehn nennen. Aber wenn du dann Inch in Mega-Inch umwandeln willst oder in Miles, dann multiplizierst du nicht mal Zehn, sondern so 5,7,8, 10, 12 Mal Saturn hoch zum Zwilling. Plus, was du heute Morgen gefrühstückt hast, mal die Länge von Lincolns Daumen plus die Mitternachtsformel. Ja. Wir machen jetzt nur die engste Familie, ne? Marco hat mir einen Model gemacht. Das heißt, Marco ist meine Model Mama. Das war übrigens die V-Tuberin, die ihr kurz davor gesehen habt. Das hier. Das ist Marco Rika. Eine sehr, sehr, sehr nette Person. Das ist die Mitternachtsformel. Wir machen jetzt nur die engste Familie, ne? Marco hat mir einen Model gemacht. Das heißt, Marco ist meine Model Mama. Ich habe gedacht, Marco wickt nur. Ich dachte nicht, Marco macht die Models, sondern Marco sorgt dafür, dass sich die Models bewegen. Aber vielleicht liege ich damit auch falsch. Naja hat mir auch einen Model gemacht. Das heißt, Naja ist meine Model Mama. Marco hat sich selber einen Model gemacht. Das heißt, Marco ist ihre eigene Mama. Ja. Und Naja hat sich selber einen Model gemacht. Das heißt, Naja ist ihre eigene Mama. Ja. Aber Naja macht Naja einen Model. Das heißt, sie ist ihre Mama. Und Naja macht Naja einen Model. Das heißt, sie ist ihre Mama. Ja. Das macht Naja nicht nur zu meiner Mama, sondern auch zu meiner Schwester und zu meiner Großmutter. Marco zu meiner Sis und zu meiner Oma. Ja. Und ich exerziere einfach. Schön. Twitch, Twitch, Clips. Twitch, Twitch, Clips. Twitch, Twitch, Clips. Clips, Clips, Clips. Clips, Clips, Clips. Clips, Clips. Ich find's gut. Das Wort Twitch wurde aber auch so komplett irgendwie alles mögliche anders. Twitch, Twitch, Twitch. Twitch, 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 Clips. Twitch, Clips, 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 Das passt nicht. Mal gucken, ob ich Zielwasser habe oder nicht. Oha. Oha. Das ist eine fiese Stolperfalle, da wäre ich für Apropos. Wieso habe ich das? Im Freefly? Okay. Oh, 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 oh. Renn. Wenn du es aufmachst. Oh nein. Oh. Chat sagt, anderthalb Stunden Spaß stehen bevor. Ihr glaubt also, wir brauchen anderthalb Stunden für dieses Level. So, check me out. Wow, shit. Mach die Tür zu. Ja. Du, du kannst keine Tür aufhören oder was? Oh, shit. Der kommt runter. ś. Was? Was zur Hölle? Das ist, das ist, das ist, das ist unangenehm laut. Ah, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Okay. Das bisschen unangenehm laut. Ich weiß, war ein bisschen laut. Der Struggle ist real. Oh Mann, ey. Das ist doch nicht so weit. Hier, komm zu mir. Gehen Sie schnell schlafen mit dem Bett, dann greifen Sie nicht mehr an. Zu langsam. Was? Zu langsam. Was? Was? Hast du mich gerade getrollt? Okay, alles gut. Wenn es überhaupt ging. Ach, das geht nicht? Ach so. Ja, gut. Gehen Sie mit dem Schmatzer. Oh, er ist ruhig. Er ist ruhig. Ich habe ihn beruhigt mit Schmatzern. Er brauchte nur Küsschen. Leute. Ich habe ihn gezähmt. Er ist böse. Mehr als gedacht ist er. Was ist passiert? Hä? Bequemer geht es nicht, oder? Machen wir jetzt Battle, wer die beschissenste Woche hat, oder wie? Dein armer Vogel. Dein armer Vogel. Das ist nicht gerechnet. Chat, ich finde, Vögel sind schon irgendwie sehr süß. Also, irgendwie finde ich den Vogel schon sehr cute, ey. Muss ich wirklich so sagen. Schamping. Schampignon. 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 Tampon hält sich gerne an feuchten Orten. Oh Gott, das war nicht... Ich wusste nicht, was da steht. Ich wurde gestern auf dem Klo angesprochen mit... Du bist doch die von Gronkh. Bitte, was? Erstens, ich habe mich nicht dahin gehetzt, okay? Nee, abgehetzt war sie nicht. Auf dem Klo habe ich nur wirklich nicht damit gerechnet, dass ich damit konfrontiert werde. Auf dem Klo ist auch einer der Orte, wo man hofft, nicht mit sowas konfrontiert zu werden. Die von Gronkh? Ja, ich habe gesagt, du bist die von Clips Clips Germany mit Gronkh und so. Aber ich habe nicht... Okay. Der hat mich sehr verstört und so... Oh mein Gott. Was passiert? Was passiert? Wer will überhaupt auf dem Klo angesprochen werden? Ja, gutes Argument,切ina. Ich habe keinenuch! Katja, würdest du bitte synchronisieren, was da jetzt gerade passiert? Leute, das ging im Stream so lange, ey, diese Szene dauert auch so lange. Oh mein Gott. Das ging so lange, ey, Erzoo, vielen Dank für deinen Lörk, vielen, vielen Dank. Was für eine Antwort ist das denn? Das ist Wahnsinn, so warte mal, jetzt muss ich eben kurz gucken. What's the plan, what's the plan, what's the plan? Irgendwo. Ja? Da, da drück ich jetzt auf. Ja? Geil. Oh, oh. Oh, Musik. Loll. Ich hab drei Messer-Sackels in Folge. Oh Gott. Hat sie auch Katzen? Ich wusste nicht, dass sie auch Katzen hat. Oh nein. Hä? Ich mach ne kleine Reise an der Stange. Was zur Hölle? Das sollte so nicht sein. Es rauscht im Hintergrund. Wait a minute. Oh. Ich bin gleich wieder bei euch. Soll ich nach unten oder nach oben? Ich geh nach unten. Immer in den Abgrund. Oh Gott. Oh Gott. Ich geh nach oben. Ich geh nach oben. Ich geh nach oben. Ich geh nach oben. Quiz soll scheinbar echt ein sehr schönes Spiel sein, Chat. Taki on the Six. Play. Ich kann jetzt auch wieder Deutsch reden. Das ist ein bisschen unangenehm, weil man sieht dich im Bild da durchkrabbeln. Sag doch einfach, dass du was rauskriegst. Nein, ich dachte, das ist ne Katze. Oh mein Gott. Ich dachte noch ne Katze. Ja, wirklich. Aber warum? Na, weil das Bild bis hier geht. Ja, ja, ja. Die dekadenten Leute haben ne Taschentuchbox, okay? Nein, nein. Die dekadenten Schweizer, die haben Tücher. Das ist was anderes als so billiges Papier da. Okay. Hierher. Oh Gott sei Dank. Rip, green, screen. Hoppala. Du sollst von mir reden? Aber du weißt doch, meine... Oh, ich war voll drauf vorbereitet. Ah! Okay, ich war voll. Ich hab kein Glas, das ist sehr, sehr voll. Okay. Aber ich finde, wenn Glas, was nicht mindestens so voll ist, ist auch kein volles Glas. Ja, das ist ein Argument. Nein, ihr schändliches Fickweib. Ich werde euch den Kopf spalten und dann in eure Augäpfel reinpissen, denn ich bin ein heiliger Paladin. Okay. Jetzt brauchen wir aber mindestens... Wir haben nur noch einen Zug. Wir müssen die drei nehmen. Yes. Ganz ruhig. Mal sehen, ob es einen anderen Weg gibt. Okay, okay. Wir haben ihn überzeugt. Okay, okay. Witziges System. Es hat Jahre gedauert, das zusammenzukratzen. Mhm. Ich will endlich in Ruhe schlafen können. Hier. Meine Schulden. Und jetzt verschwinde von hier. Ja. 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 Alles klar. Ich meine, wir sind hier angekommen und der Typ war schon tot. Ja, das ist halt das Problem, wenn man halt die, wenn die Siebel hat, Siewizer, Siewizer, die Siewider, die Bevölkerung sich aus... Ja. Ja, sie hat mich gefunden. Ja, ich brauche ein neues Gesicht. Lassen Sie mich anschauen. Lassen Sie sich anschauen. Die Nase wäre eigentlich gar nicht so hässlich. Ich finde, ich sehe so alt aus. Ja. Ja, hübsch sind Sie nicht. Da könnte man schon was optimieren. Was? Ja. Oh mein Gott, ey. Okay. Die Dame braucht eindeutig eine Schönheitsoperation, weil ich diagnostiziere Hässlichkeit. Ja. 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 Habe ich das richtig im Kopf? Das ist doch super unangenehm so. Ich will im Urlaub chillen können und trotzdem eine Liga abbekommen. Was zur Hölle? Ich packe die mir auf den Rücken und dann gehe ich damit in meine Kabine und am nächsten Morgen komme ich und stelle meine Liga da wieder hin. Ich muss einfach genau das machen, was er gerade hier vorgeschlagen hat. Dann habe ich scheinbar eine Liga. Boah, ist das aber richtig unangenehm, oder? Ich hebe ab. Nichts hält mich am Boden. Keine Ahnung. Suffit hat wirklich einige Sachen, wo ich mir so dachte, was passiert hier? Schau mal, wie sie abhebt, nur weil sie befördert wurde. What the fuck? Komm mal runter, Chad, wenn ich jemals so abheben sollte. Okay, was ist hier los? Oh mein Gott. Stephen King einfach. Gut, dann nochmal einmal. Die Aliens kommen, um sie alle zu holen. Ich gehe zur Aufklärung. Die Worte. Dann hat halt ein Kind zu mir gesagt, halt deine Fresse. Sveto, ich weiß, dass du so wahrscheinlich mit deiner Mutter redest, weil du ein respektloses Stück Scheiße bist und die wahrscheinlich wirklich dann ihr Maul hält, weil sie hat es ja mit dir anscheinend sowieso verkackt. Genau, ich gehe gerade auf Mutter, um dich schon mal richtig schön zu triggern. Aber in der realen Welt funktioniert das nicht. Wie du vielleicht siehst, mache ich hier mit meine Kohle, die ich mir dann schön tief in den Arsch reinstecke. Also nein, ich höre nicht aufzureden, denn das ist mein Geschäft. Ja. Das Ding ist halt wirklich, es gibt unterschiedliche Arten von Streamern. Es gibt Menschen wie mich, die sich das so angucken und Leute wegbannen und weglöschen. Und es gibt Leute wie Milchbaum, die da halt wirklich einfach drauf gehen. Und das Ding ist, die hat da halt einfach absolut mit Recht. Wenn euch Content nicht gefällt, ich weiß, dass es scheinbar sehr viel verlangt, aber drückt doch einfach woanders hin. Meine Güte. Meine Güte, ey. Tiere mit exakt einem Haar. Und jetzt deine Lösung. Heuschrecke. Einfach Hase. So ein einfacher Name. Hase. Oder Hahn. Da war der Schreck. Da war das Genick steif. Achso. Das kann sein, ja. Und das ergibt sich. Oh mein Gott. Der Horror in dem Game ist aber tausendmal besser als jeder Jumpscare. Ähm, ich denke... Oh, Ginger. Ginger einfach. Die Seele hat ihren Körper verlassen gerade. Schaust du jetzt mit mir da rein, Hähnchen? Okay. Oh nein. 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 Er macht sein Mikrofon... Hast du was? Das war ein Mikro rausgemissen? Nein! Guckal! Weil ich gestern so richtig Bock hatte auf Toastboot mit Eiersalat. I mean, zum Glück kommt das Mikrofon mit zwei Pop-Schutz-Dingen an. Also alles gut benutzt das andere, aber ich finde das auch angenehmer. Ich habe mein Toastbrot gestern getoastet, habe dann schön so den Aufstrich geschnitten, drauf geschmiert und alles. War so happy schon, schon so fast so, mhm, geil, endlich essen, endlich Abend essen. Ja. Und dann gucke ich so in die Tüte, wo der restliche Toast drin ist und denke mir so, warum ist das so ein heller Fleck? Das sind meine Augen nur, oder? Das sind einfach nur meine Augen, die gerade irgendwie streichen mir spielen. Ja, es sind deine Augen. Dann habe ich besser in die Tüte reingeguckt und gesehen, dass das Toastbrot angefangen hat zu schimmeln. Bitte sei es nur das eine Toastbrot. Und dann habe ich meine geschmiert. Das Problem ist, wenn halt in so einer Verpackung Schimmel drin ist, Schimmel sieht man halt erst mal nicht, bis er sichtbar wird. Das bedeutet, er fängt ein bisschen weiter unten, also er fängt an und spreadet so. Also, I mean, zu beontest, ich würde lügen, wenn ich nicht auch schon mal so Schimmel weggeschnitten habe oder so, aber. Wir hatten getoasteten Toastbrote angeguckt und dann waren die auch voller Schimmel. Oh, die Arme, ey. Und dann bist du, oh mein Gott, nein, oder? Klopp, klopp, wer ist da? Planet, Planet wer? Planet ihr, Planet ihr eine Party, eure Hoheit. Oh, Mann. Ach, der eine schaltet den anderen mit. Was? Was? Nein! Oh, okay. Boah, ist aber echt ungünstig, wenn er da das gerade baut, weil das ist schon kind of cool, was er da bauen wollte. Eier, der Amit ist trotzdem ganz geil. Der wollte mit Party machen, okay? Okay? Das sieht eins zu eins so aus, sogar mit der Fellfarbe. Ja, schon so ein bisschen, aber es ist irgendwie voll cute, ey. Du kannst ja auch horizontal anpassen, äh, vertikal anpassen, hier kannst du horizontal anpassen. Und wenn du den Stick hältst, dann kannst du es auch, kannst du auch die Weite bestimmen. Also ja, wieso hat er mich seitlich geworfen? Okay, du kannst dir gar nichts bestimmen. Oh, bitte. Banski! 275 Meter, Leute. Ich kann das, ich kann das. Oh, nein! Nein! Was? RIP! Auto! Ja, und ich... Ich sag mal so, mehr als ein Alarm losgehen kann ja nicht passieren, ne? Oh mein Gott, das hab ich mir auch schon... Oh mein Gott, ich hab auch schon meine Tür geöffnet, weil wir da raus sollten und dann war das ein Alarm gesichert. Okay, das war nicht so... Ja, geh, leck mich doch am Arsch. Was ist denn das? Guck mal. Hä? Wie, was ist denn das für... Was? Was ist denn das für ein Treppenhaus? Hümpfen! Ich schieße jetzt einmal drauf. Dann drück ich hier auf Null. Die haben damit gar kein Problem, Jaina. Die haben auch kein Problem damit, wenn ich sie anschieße. Ich helfe dir! Sie haben ein Problem damit, sie haben ein Problem damit, sie haben ein Problem damit, sie haben ein Problem damit. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist mein Leben! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist ein sehr süßer Stream-Snipe. Das ist schon sehr... Ja. Aber hey, jeder wie er mag. Und jeder wie er mag, muss erstmal jetzt ganz kurz die Flasche holen, die die Person aufgefüllt hat und dann einfach auf dem Klo stehen hat lassen. Was? Oh, 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 oh. Lass dir Zeit. Okay. Germany, bitte kommt alle mit zum Raiden. Ich habe das jetzt extra angesagt. Normalerweise, wenn ich jemandem ein Raid ansage oder so, dann hauen sie alle ab. Aber diesmal kommt alle mit. Weil ich hoffe, dass wir irgendwann bei Clip-Tip-Tip-Tip... Äh, Clip-Tip-Tip... Egal. Clip-Tip-Tip... Oh mein Gott, der Arme. Ja, der Arme. Ihr wisst, was ich meine. Da-da-da-da-da-da-da-da. Nice soon. Nice soon. Vielen lieben Dank, Twish Goods Germany, für eine weitere Folge. Folge, äh, 220 war das jetzt bereits. Und, äh, vielen lieben Dank, dass du dir das Video bis hierhin angeguckt hast. Wenn du mal Bock haben solltest, Spanner-Reaktion mit am Start zu sein. Ähm, ich reagiere in den meisten Fällen mittwochs oder donnerstags auf die aktuelle Folge auf Twitch. Einfach mal einschalten, würde mich freuen. Habt noch einen schönen Tag. Bye, bye. I think you're better without me No for a fact that you're happy Uh, no Hate that I treated you by